Zum ersten Mal auf dem Gut Immenhof, dem Originalschauplatz der Kultfilme aus den 50er Jahren, fand am vergangenen Wochenende in Bad Malente die Verleihung des Immenhof-Filmpreises statt. Aus der Hand von Organisator Mario Wirtz, der mit dieser Veranstaltung bereits zum siebenten Mal an die nostalgischen Filmklassiker der 50er Jahre erinnert, nahmen Larissa Marold, Sinja Dix, Marita Marshall, Anina Euling sowie Marie Zielke die Auszeichnungen entgegen. Unter den Ehrengästen befanden sich auch die Schauspielerinnen Bianca Carsten, Vanida Caron sowie Maria Fuchs. Musik All the right things I'm a magnetist Back in town Oh, yeah Look out, I'm a magnetist Yeah Thank you